Einen wunderschönen und herrlichen guten Morgen wünsche ich euch, eure Gabrieli. Würdigen Sie heute die guten Zeiten, die Sie bereits erlebt haben. Lassen Sie das bei Ihnen Revue passieren und vielleicht machen Sie sich Notizen. Dann kommen Sie drauf, wie viel Wunderschönes Sie bereits erlebt haben. Und denken Sie auch vor, wie möchten Sie diese Woche oder die nächsten Tage gestalten. Es gibt so vieles, für was man dankbar sein kann und was man denken kann. Zum Beispiel die Mutter Erde, ihre Gesundheit, den vollen Kühlschrank, den wir haben, dass wir Frieden haben. Wie wunderbar ist das? Geld kommt ebenfalls zu Ihnen, um sich ein neues, wunderschönes Leben gestalten zu können, wenn Sie im Positiven weiterleben. Sie werden es sehen, man erlebt es dann und das ist eine Freude. Aber fragt sich da noch wirklich, wo wart ihr eigentlich immer, ihr Millionen? Jetzt gibt es noch eine wunderschöne Affirmation. Ich öffne mich neuen Ideen und Horizonten. Damit wünsche ich euch heute einen wunderschönen Tag und mit vielen schönen Erlebnissen und Freude. Eure Gabrieli.